Ich wollte schon ganz jung die Welt verändern, weil das Erste, was war, es ist nicht nur Widerstand, dieses Wort hat eigentlich noch gar nicht existiert, sondern ich kritisierte, weil ich nicht verstanden habe, warum es Menschen gibt, die nichts zum Essen haben und die anderen haben alles. Ich habe mir gedacht, die Welt ist schlecht, man muss sie ändern. Wir haben so eine herrliche Natur, eine Erde, wo man alle Menschen leben können. Nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, alles, was lebt, wie Blumen. Und was machen wir, wenn wir die Leute, die nicht genug Geld haben, um Essen zu kaufen für die Welt.